Hey, ich bin Jana, 16 Jahre alt und ich befinde mich mit Kulturwecke Deutschland gerade in Auckland, in Neuseeland, wo ich mein Auslandsjahr hier für ein Jahr verbringe. Und heute ist ein sehr aufregender Tag für mich, denn es ist so, dass ich mit meiner Tanzklasse heute einen Auftritt habe oder allgemein alle Tanzklassen haben heute einen Auftritt und präsentieren, was sie so das Jahr gemacht haben vor der Schülerschaft und vor den Eltern und vor den Freunden. Das bedeutet, es kommen wahrscheinlich ein paar Leute vorbei und ich darf mittanzen. Ich darf in einem Gruppentanz mittanzen, wo meine ganze Klasse tanzt und in einem Solo. Das bedeutet, ich tanze für eine Minute ganz alleine auf dieser Bühne. Ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen durch den Tag. Erstmal haben wir noch Schule und dann würde ich sagen, sehen wir, wie das so mal läuft. Hallo, mein Name ist Nancy, ich bin aus Thailand, Jahr 11 Jahre alt. Oh, ja. Wie viele dance pieces are you dancing today? Um, you mean like a performance? Three. Um, I have Mona Lisa, I bought from Brandy and Apple from like Judas. How nervous are you from a scale from 1 to 10? At the moment? Ten. Ten? It's two hours. Hallo, mein Name ist Daniel. How nervous are you? Hundreds. Um, introduce yourself. Hey, ich bin Jana, ich komme aus Deutschland und ich bin in Yay Lever. Ja, how are you feeling today? Um, I'm kind of nervous. Ich bin sehr nervös. Um, ich habe jetzt ein Solo von ein Gruppentanz, also, I will dance two pieces. Um, when I have to stay so nervous, I am from a scale from 1 to 10. Also, wenn ich sagen muss, wie nervös ist, wie nervös ist, ich bin von einer, ähm, 1 zu 10, würde ich sagen, 6,5, 6,5. Mmh. How nervous are you now? Ten minutes before the performance. A hundred percent. Oh my goodness. Man, wir sind ja soculos. Abby, we sind alle. I din Zwisch Stunden vital vitamins na zwei drei drei Was sind deine Gedanken nach dem ersten Satz? Ich werde mein Best. Was sagst du, ich würde mein Best? Ich tanze jetzt gleich mein Solo, jetzt ist es eine Pause, da bin ich jetzt zweites dran, ich hab mal gucken, tanz rüber, weil ich gut bin jetzt mal so, ich hoffe die Blumen in dem Bild, aufgereiht, es sind so viele Menschen und ich hab so Angst falsch zu tanzen oder dass ich jetzt nicht hinbekomme, aber geht schon. Ich bin jetzt nicht hinbekomme, ich bin jetzt nicht hinbekomme, aber geht schon. All. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020